Naja, machen wir weiter. Ach so, es geht sich wieder los hier. Kulung, ich komme. Zweit. Warte. Warum? Nein. Weißt du, ich habe mit voller Kraft geschlagen, ich habe mit voller Kraft geschlagen, aber das gibt es nicht. Ach komm schon, Spiel. Fünf Schläge. hier oh zu fest zu fest zu fest wo geht oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein puh genau durch den Keks durch warte mal musst du durch den Keks durch? Du kannst doch nicht vorbei durch den zweiten Keks nicht ganz rechts vorbei ja durch den zweiten Keks würdest du nur direkt am Loch landen auch ich wusste schon immer mal dass man mit Keksen am Loch landet durch den zweiten Oreo das ist kein Oreo Keks mit dem Keks in die Dose meinst du oder was? Beispielsweise Entschuldigung jetzt ist es spät die Kommentare werden die Sprüche werden ähm ist geistreich an mir ich kann mir Baby richtig vorstellen wie sie tanzt und so ein total entsetzt den Kopf schüttelt ja hab bestimmt schon hier äh Nackengestarre vom Kopf schüttelt ja siehst du wir müssen noch ein paar Sprüche klopfen wir lenken Baby ab äh das kann sein aber gut da muss irgendwie mal auch die die Dings kommen äh die Vorlage kommt die Stellvorlage die Steilvorlage ja etwas zu kurz äh passt so bei mir oh der war gut der war sehr gut ja ja das wird ein paar werden bogey oh der war schön Baby rechts hinterher gerutscht ins Loch mhm du musst halt nur hart genug schlagen dann ladest du automatisch im Loch diegel ey das war ein Cupcake und so Papp Cupcake war das nicht irgendwie jetzt ein hast du den Bienenstock runtergenommen oder was? jetzt hab ich wohl nicht stimmt also das ist genau diese Sorte hier ne 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 falsche Richtung jetzt war es keine Coole da weiter Papp ja ja der bleibt direkt vorm Loch liegen fast 7 4 7 4 4 7 4 weiter 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 hinter so doll ja ne alles gut passt so ja bei mir aber bei mir war passend ja der geht euch ins Loch perfekt und Baby hängt schon fast auf der Kante drauf bei Kev geht es durch ins Loch ja sag ja du musst noch fest genug schlagen Dino auf dem Kopf sitzen komisch ein Dino oder so irgendein Säbelzahntiger Kopfhacher ja ich ja passt du Markus so ein Raffzahn ab jetzt ab durch die Mitte oder auch nicht ab durch das Loch ne fast ab durch den Donut da ist ja noch eine Lücke dazwischen oh Gott ja die deswegen muss ja genau durch den Donut gehen oh die hat fast genau drin gelandet beim Sprung oh wie bei mir war drin also ich bin hinter der Bande gelandet und dann ist der reingesprungen ja ich bin wieder da ich bin wieder dran ich bin wieder dran soweit aber da kommen noch die Bänder oh Gott nein ja huiii na doch passt so ich komme da her dann bist du weiter nach vorne bis weiter nach vorne bis weiter nach vorne bis weiter nach vorne jetzt ein bisschen nach rechts genau und dann landest du eigentlich zu hä Moment ach 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 Ich dachte, der Schöne ist direkt dahinter, jawohl, ja, aber. Aha, der geht durch, das ist drei Schläge. Mit dem Birdie. Da fällt die Eichel auch uns noch. Ich bin keine Eichel, ich entdeckte. Die war eigentlich schon bewusst, jetzt so. Ah, das wird so gestacken. Ja, tut mir leid, das... Ach ja, die werde ich mir leid. Ich weiß noch, beim ersten Mal, wie oft wir mitgespielt haben, da hast du hier ein Hole-in-One gemacht und hast gesagt, ich bin nicht über eine braune Bahn ins Loch. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe so Dinge, aber wie soll ich da ein Hole-in-One geschafft haben? Keine Ahnung. Du bist da rechts über dieses Braune drüber. Das führt direkt ans Loch. Ja. Wird nicht besser jetzt mehr. Die Schoko-Rutsche bringt dich ins Ziel. Ja, genau so, was hast du gesagt. Die war die Schoko-Rutsche direkt am Loch. Ja. Komm, 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 komm. Jawohl, der bleibt sogar noch drin, ja. Okay. Du bist da auch noch die Schätze-Dinger da durch, ne? Jawohl, ich bin drüber. Also, wenn ich mal das vergleiche mit unseren letzten Versuchen hier auf der Karte, ist das gerade echt smooth, was wir hier waren. Und ich weiß nicht, wie lange schon ich wenig mehr gespielt habe. Uiih! Ich wäre fast noch direkt nach oben. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Na, da oben liegen, du scheiß Teil. Ja, da oben liegen, da oben liegen, da oben liegen, da oben liegen. Ich will das Gras essen. Welche Röhre war die beste? Die mittlere, ne? Hör mal, der geht durch. Der geht jetzt nicht in der Mitte. Ah, gut, ja. Ja, ja, ja. Hab auf das süße Bonbon. Bin drin. Zwei Schläge noch. Heya. Hey, ja, 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 ja. Heya, roter Fall, roter Fall. Okay, da ziehst du dich. Hä? Wie ich da mitten am Rand stehen geblieben bin. Oh. das ist doch bei mir wenn es drei bogey wir waren schlecht baby lässt sich einfach ins loch fallen drücke ich so um wasser zu springen das sieht schon wieder sehr freundlich aus muss jetzt ernsthaft jetzt alter ich finde deine performance beschissen ja das ist das steigt übel ist ja nur das katzen und trägt dort den wundersatz weil wir zwei katzen haben und zwei orte brauchen für die katzen klus mein kater geht halt auf das klo was hier neben mir steht und das hat sein altes sein gewohntes naja das ist eine reviermarkierung sozusagen ja das ist doch nicht wahr wird da mal darum zumindest verschafft er dass die scheiße ich da gerade jetzt nicht immer wieder der karte stehen bleibt nur oben weg drüber weg geht jetzt das werden zehn schläge vielleicht ja damit habe ich die runde verloren definitiv sieben schläge das mich jetzt aber aufholen wieder nein man springt hoch und landet dann doch unten ja auch ja wenn du die map nicht verkackst dann hast du das ding definitiv gewonnen ne doch nicht alles gut ich dachte ich hatte den weg gehauen da unten sich baby links rollern ja ich folge dir ich bin hinter dir ja hier die kaugummibelle wieder ah nein ja ich bin gott sei dank durchgekommen oder auch nicht ich dachte mir jawoll du bist ich siehst du ich bin jetzt fertig bist du bist du nicht aber dann kommt noch einer irgendwo stehe wie stopp 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 das ist zu weit mann wir versuchen wir gerade die bahn ja du musst hatte ich dusel haben dass du dadurch kommt sich diese ecke genau und jetzt gehst du ja wie koffer soll es gar nicht die waren genau direkt der erste trifft ja der war nicht schlecht der war eigentlich gut die waren gut die bälle so muss man auch noch finischen hätte da die kante dran und trotzdem ist er hochgesprungen ja neu hinter das war jetzt nicht so brückelnd so ich würde sagen ein loch machen wir noch und dann also ein eine bahn und dann nicht genug für heute oder ja kann man machen